Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Schwindelgefühle können einem das Leben schon zur Hölle machen, vor allem wenn die ursprüngliche Krankheit, die diesen Schwindel einst vielleicht ausgelöst hat, längst zu Ende therapiert zu sein scheint. In der Asklepios Klinik Nordheitberg gibt es eine interdisziplinäre Tagesklinik Schwindel, die solchen chronischen Patienten helfen will. Bei mir ist Prof. Dr. Günther Seidel, er ist der Chefarzt der Neurologie und Neurologischen Frühreha in der Asklepios Klinik Nordheitberg und er ist einer der beiden Leiter der Tagesklinik. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Prof. Seidel. Dankeschön. Wer genau kann zu Ihnen in diese Tagesklinik kommen? Ja, also das sind Patienten mit chronischen Schwindelerkrankungen. Chronisch heißt in dem Fall mindestens drei Monate muss die Schwindelsymptomatik bestehend sein und es muss auch quasi täglich Schwindel vorhanden sein. Und er muss alltagsrelevant sein. Also es muss wirklich eine, ja doch alltagsbestimmende Störung sein, die so gravierend ist, dass wir das im Krankenhaus behandeln wollen. Ja, das heißt, ich sollte nicht nur selber den Eindruck haben, dass die meinen Alltag beeinträchtigt, sondern ein Arzt sollte auch schon mal gesagt haben, das ist schon schlimm, was sie haben. Ja, das ist ja meistens so, wenn Menschen chronischen Schwindel haben, dann besuchen sie mehrere Ärzte, verschiedene Fachdisziplinen und allein das schon, der häufige und interdisziplinäre Besuch von Ärzten ist ja schon so ein Hinweis dafür, dass es so eine Therapie oder eine alltagsrelevante Schwindelerkrankung ist. Aha. Brauche ich denn schon eine Diagnose, woher dieser Schwindel überhaupt kommt? Ja, also das ist ganz entscheidend, denn unsere Einrichtung ist letztlich eine Therapieeinrichtung. Das heißt, wir checken schon im Vorfeld, um welches Schwindelsyndrom es sich handelt. Es gibt da ganz spezielle Erkrankungen, die letztlich so einer Therapieform zugänglich sind. Das ist zum Beispiel der Ausfall eines Gleichgewichtsorgans oder eben bestimmte Innenohrerkrankungen wie der Morbus Meniere oder eben auch Erkrankungen des Stammhirns oder auch des Großhirns, die dazu führen können, dass eben ein solches chronisches Schwindelsyndrom auftritt. Und das müssen wir im Vorfeld natürlich wissen. Deswegen sind zumindest HNO-ärztlich und auch neurologische Untersuchungen notwendig, um das einordnen zu können, um dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, dass diese Behandlung letztlich auch sinnvoll und effektiv ist. Was mir noch nicht klar ist, ist, ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Gleichgewichtsorgan ausfällt, auf einer Seite, dass das am Anfang Schwindel erzeugt. So, das schon. Aber wenn das doch dann therapiert ist, wieso kann ich danach dann noch Schwindel haben? Also es ist so, wenn einseitig ein Gleichgewichtsorgan ausfällt, dann macht es ganz starken, akuten Schwindel mit Übelkeit, Erbrechen, Bewegungsillusionen. Und das klingt aber im Allgemeinen nach wenigen Tagen wieder ab. Und normalerweise ist es so, dass es auch folgenlos abklingt. Das heißt, die Betroffenen haben dann gar keine Beschwerden mehr. Manchmal ist es aber so, dass dann die Kompensation nicht richtig gut funktioniert und sozusagen immer eine Erwartung eines Schwindels noch da ist. Und das führt dann zu einer vermehrten Selbstbeobachtung. Und das kann zu einem chronischen, funktionellen Schwindelsyndrom führen. Das heißt, die akute Schwindelerkrankung ist sozusagen der Auslöser für dann eine chronisch folgende Erkrankung. Und das ist ganz wichtig, dass man das differenziert, dass man sagt, okay, das eine ist die akute Erkrankung gewesen, das andere ist jetzt eine Folge davon. Wie gesagt, in den allermeisten Fällen kommt es nicht dazu, aber manchmal eben schon. Und genau solche funktionellen Schwindelerkrankungen kann man auch sehr gut behandeln. Man muss es nur diagnostizieren, das ist das Wichtige. Und dann eben die entsprechende Behandlung durchführen. Das heißt also, Schwindel kann einmal etwas sein, was tatsächlich vielleicht messbar oder in Körpersubstanz stattfindet und es kann etwas sein, was die Psyche mit uns macht. Und das nennen Sie dann funktionell. Das ist dann funktionell. Also Schwindel ist ja letztlich eine Wahrnehmungsstörung. Das heißt, wenn wir uns bewegen, dann führt das dazu, oder unser Gehirn ermöglicht uns, dass wir nicht verwackelte Bilder sehen, sondern die Bilder sind konstant, obwohl wir uns bewegen. Das ist eine ganz tolle Einrichtung der Natur sozusagen. Aber manchmal ist es eben so, dass dieser Abgleich, die Erwartung der Bewegung nicht richtig funktioniert. Und diese Diskrepanz zwischen der Bewegung und dem Erwarteten führt dann zu der Wahrnehmung eines Schwindels. Und das ist eben das funktionelle Schwindelsyndrom. Ah, und wenn ich so eine Krankheit hinter mir habe, dann habe ich auch so eine übermäßige Erwartung, wie ich dann vielleicht funktioniere oder beobachte mich sehr stark selbst, mehr als sonst. Und was ich früher dann vielleicht so, wo ich drüber weggegangen wäre, das empfinde ich jetzt als Schwindel. Genau, also das ist so, dass auch die Menschen, die so eine Erkrankung entwickeln, meistens eine spezielle Persönlichkeitsstruktur haben. Und das ist eben genau diese Selbstbeobachtung, die dann letztlich dazu führen kann. Deswegen haben wir auch in unserer Schwindeltagesklinik nicht nur speziell ausgebildete Physiotherapeuten, die eben für Schwindel- und Gleichgewichtserkrankungen eben spezielle Übungen machen können, sondern eben auch Psychologen. Weil viele Menschen mit chronischem Schwindel haben Angst, Angst auch zu stürzen. Oder es ist auch irgendwann mal zu einem Sturz gekommen. Also die Angstkomponente ist ganz groß. Manche Menschen entwickeln sogar echte Phobien. Also zum Beispiel auch in größeren Räumen oder beim Einkaufen im Supermarkt. Dann kommt auf einmal dieser Schwindel. Also in bestimmten Situationen. Und das ist so ein ganz klarer Hinweis auch für zum Beispiel ein funktionelles Schwindelsyndrom. Und deswegen haben wir, wie gesagt, auch Psychologen an Bord für unsere Schwindeltagesklinik. Und wir haben natürlich auch ärztliche Kollegen, die dort arbeiten, die speziell auch geschult sind für Schwindelerkrankungen, um eben auch die Zusammenhänge dann auch den Betroffenen zu vermitteln. Auch das ist natürlich eine ganz wichtige Komponente, dass die Edukation da ist. Das heißt also, man kann mit bestimmten Dingern sehr viel besser umgehen, wenn man genau weiß, wo Trans eigentlich liegt. Und das ist bei vielen chronischen Schwindelpatienten eben nicht der Fall. Das heißt, die wissen gar nicht, was überhaupt los ist und haben nur diese Wahrnehmungsstörung, letztlich diese Unsicherheit. Und durch die Edukation ist schon mal ein Teil letztlich der Unklarheit, kann dadurch beseitigt werden. Ja. Und in der Psychotherapie, da geht es dann, geht es darum, das ursprüngliche Schwindelerlebnis nochmal zu beleuchten? Oder geht es auch darum, sich selbst so ein bisschen runter zu pegeln in der Eigenwahrnehmung? Also es geht einmal natürlich nochmal um die Aufklärung, wie sind die Zusammenhänge? Warum kommt es eigentlich zu dem Schwindel? Das ist wichtig. Und dann gilt es natürlich auch, bestimmte Vermeidungsstrategien, die viele Menschen dann haben, dass sie sich auch sozial zurückziehen durch den Schwindel, weil sie einfach Angst haben, unsicher zu sein, zu stürzen am Ende, dass das aufgebrochen wird. Und dann gibt es natürlich auch spezielle Verhaltenstherapien, die durchgeführt werden und die auch geschult werden, damit eben sozusagen dieser Schwindel, diese Fehlwahrnehmung letztlich gelöst werden kann. Ja genau, das ist ja auch bei Angst so, dass nachher spielt die Angst vor der Angst die größere Rolle. Und da wird es dann wahrscheinlich auch darum gehen, dass wenn man merkt, ah jetzt kommt wieder so eine Situation, ah ich merke schon, ich merke schon, dass man dann ein Gegensteuermittel hat für sich. Also genau, eine systematische Desensibilisierung sagt man auch dazu. Das heißt, man geht sozusagen ein bisschen in diese Situation rein und versucht damit halt entsprechend umzugehen. Was macht der Physiotherapeut? Also das sind, wie gesagt, wir haben eine speziell ausgebildete Fachtherapeutin für Schwindel- und Gleichgewichtsstörung, so nennt sich das, das ist eine extra Ausbildung. und das Ganze nennt sich dann vestibuläre Rehabilitation. Da gibt es verschiedene Formen, wir machen Einzeltherapien und auch Gruppentherapien. Es gibt zum Beispiel ein Schwindel-Zirkel-Training, wo bestimmte Stationen abgearbeitet werden müssen, im Rahmen zum Beispiel einer Gruppentherapie, aber auch bei schweren Symptomen eben Einzeltherapien werden gemacht. Das sind Gleichgewichtsübungen, Einwandstand mit offenen Augen, mit geschlossenen Augen, das verschärft natürlich alles nochmal etwas mit geschlossenen Augen, solche Übungen zu machen. Und natürlich ist auch eine wichtige Komponente eine Sturzprävention. Das heißt, manche Patienten sind eben schon gestürzt und da ist es natürlich wichtig, dass sowas auf keinen Fall passiert, weil das natürlich wieder Ängste schürt und Ängste erzeugt, die dann wieder den Schwindel verstärken. Ja, das hat ja auch was mit sportlichem Training zu tun. Also auch wissen, wie man gut steht, wissen, wie man sich abfängt und all solchen Dingen. Wie lange bin ich bei Ihnen? Also das ist eine Behandlung in fünf Tagen. Das fängt an einem Montag an und geht dann eben die Woche bis Freitag. Und es ist ein ganzer Arbeitstag. Es ist wirklich aufwendig. Es geht also von morgens bis nachmittags letztlich wird die Behandlung durchgeführt. Wie gesagt, Einzelbehandlung, Gruppenbehandlung, Multimodal, Physiotherapie, Psychotherapie und auch eben ärztliche Betreuung. Und wie gesagt, am Anfang gibt es eben eine einleitende Besprechung des Ganzen und es gibt dann auch am Ende ein Abschlussgespräch. Wichtig ist auch, dass die Behandlung natürlich nach fünf Tagen nicht abgeschlossen ist, sondern es muss weitergehen. Das heißt, die Patienten werden dann auch instruiert, was sie eben dann zu Hause weitermachen sollen. Und es wird auch Informationsmaterial. Es gibt Informationsmaterial mit entsprechenden Übungen, die die Patienten dann auch zu Hause weiterführen können. Denn es ist ja klar, eine Erkrankung, die chronisch ist und wie gesagt, die kürzeste Zeit sind drei Monate, bei manchen Menschen ist das aber Jahre, die kann man nicht in fünf Tagen komplett auflösen, sondern man kann sozusagen den Weg ebnen und schon erste Erfolge natürlich erzielen in diesen fünf Tagen. Aber das muss dann konsequent natürlich weitergeführt werden. Ja, jetzt würde ich als Patient sagen, warum machen Sie denn nicht zehn Tage? Weil es sich herausgestellt hat, dass fünf Tage ausreichend sind. Ja, danach kommt nicht mehr mehr, danach kommt nur noch das Üben. Ganz genau, das ist es sozusagen, das ist die Einleitung der Behandlung und man weiß ungefähr, dass die Lebensqualität so im Schnitt um ein Drittel ungefähr schon nach den fünf Tagen verbessert ist. Und das ist auch ein nachhaltiger Effekt. Ja, und wie fängt das an? Komme ich da einmal zur Aufnahme und gehe da wieder nach Hause und dann geht es am nächsten Tag los oder wie läuft das? Das fängt schon sehr viel früher an. Das fängt damit an, dass man sich anmeldet zu dieser Behandlung und dann gibt es einen Anamnesebogen, einen Bogen, der ausgefüllt werden muss, wo schon mal sehr viele Details zur Erkrankung, auch zur Vordiagnostik angegeben werden müssen, mit auch entsprechenden Unterlagen. Das wird dann gesichtet von den Ärzten, also von den Neurologen, aber auch von den HNO-Ärzten. Und dann wird geschaut, ist die Diagnose passend für diese Behandlungsform, muss noch was ergänzt werden beispielsweise und dann wird der Patient einbestellt von unserem Sekretariat, wir haben ein eigenes Sekretariat dafür und dann mit den entsprechenden Instruktionen, was soll mitgebracht werden beispielsweise für die Behandlung und dann geht es los. Aha, das heißt der Tag der Aufnahme ist auch der Tag, an dem es losgeht. Das ist der Tag, an dem es losgeht. Da muss ich also schon eine Tasche dabei haben mit, für die Physio und so weiter. Ja. Aha, und wie komme ich am besten, also wenn ich das Gefühl hätte, ich wäre ein Patient für Sie, an wen wende ich mich? Also es geht, wie gesagt, das Sekretariat, wir haben die Nummern auf unserer Homepage, da sind die Telefonnummern des Sekretariats, da ist auch der Anamnesebogen zum Runterladen, den kann man schon gleich anschauen, ausfüllen und dann hinsenden und dann nehmen wir Kontakt auf. Ah, das heißt ich brauche nicht, ich brauche keine vom Hausarzt oder vom behandelnden Facharzt etwas, wo ich zuerst hingehen muss, sondern ich kann mich direkt an Sie wenden. Ja, Sie können sich direkt an uns wenden, aber wir brauchen natürlich eine Einweisung. Das heißt ein Arzt müsste eine Einweisung ausschreiben für eine stationäre, das ist ja letztlich eine teilstationäre Behandlung, Tagesklinik, also nachts gehen die Patienten nach Hause. Tagsüber ist die Behandlung, aber das ist letztlich eine stationäre, eine teilstationäre Behandlung, die muss überwiesen werden. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!